Wenn Sie Wirtschaft hören, woran denken Sie? An Arbeit? Erfolg? Risiko? Wenn wir an Wirtschaft denken, sprechen wir über Zahlen, aber wir glauben an die Menschen dahinter. An Global Player, die international Vorreiter sind. An heimliche Weltmarktführer, die globale Nischen bedienen. An Familien, die seit Generationen auf Qualität setzen. Und an Hightech-Astronauten, die mit ihrer Geschäftsidee durch die Decke starten. Wenn wir an Wirtschaft denken, kennen wir das Unternehmen und nicht nur die Unternehmenskennzahlen. Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und passen unser Service flexibel an. Wenn wir an Wirtschaft denken, denken wir an Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017